Hallo, zurück bei Tomb Raider, die Angel of Darkness. Ja, ich bin immer noch erkältet. Auch diese Mistviecher schon wieder hier, diese Opas. Spring, was leckt es denn jetzt schon wieder? Oh, das ist doch zum Kotzen. Ich hasse das. Ich muss jetzt nochmal gucken, wo genau ich lang muss. Da oben lang klettert, muss ich nämlich. So, einfach mal über den drüber sprechen. Aber jetzt bin ich natürlich falsch gelaufen. Ach. Ich hoffe, diesmal klappt alles mit der Aufnahme. Oh. Hat der mich tatsächlich getroffen, der alte Sack. Ja, also ich weiß, wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, was da manchmal schiefläuft. Dass er entweder nicht aufnimmt oder zeitverzögert aufnimmt. Ich begreife das echt nicht. Ich mache nichts anders oder so. So. Lass dich nochmal fallen. Ich speichere jetzt nochmal an dem Punkt. Dass ich da nicht wieder hinrennen muss. Ach, kann ich eigentlich das erste überspeichern. Das wird ja wohl nichts machen. So. Gucken wir uns nochmal um. Ja, da oben muss ich lang. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Drückt die Daumen, dass Lara es aushält. Oh oh. Oh oh. Ich muss zumindest auf diesen Vorsprung. Ja. Das war nichts. Ja, es ist aber zu schön, wenn man sich anguckt, wie sie fällt. Ich überlege gerade. Kann ich von hier aus vielleicht mich schon festhalten? Natürlich nicht. Hm. Ist blöd. Oh, sie braucht aber auch ziemlich lange. Da habe ich nicht das Ich Bin Stärker schon jetzt gehabt. Ich glaube, das wird nichts. Irgendwo her muss ich nochmal einen Stärker kriegen. Oh, bis sie sich mal so beeilt. Nee, so wird das nischt. Ich werde doch mal das andere laden. Sie ist zu schwach im Moment noch. Jetzt bin ich natürlich am gleichen Punkt. Egal. Eigentlich müsste ich doch das jetzt schon bewegt haben. Habe ich doch eigentlich abgespeichert. Oder nicht? Anscheinend nicht. Ich habe das doch gemacht. Kann ich nochmal zurücklatschen? Ach, es ist doch... Ihr nicht auch noch? Aber zum Glück sind die sehr langsam. Habe ich etwa den Hebel noch nicht betätigt? Das gibt es doch wohl nicht. Hatte ich doch eigentlich gemacht. Ich bin doch nicht bescheuert. Oder habe ich jetzt versehentlich den falschen Speicherstand geladen? Aber ich habe den letzten genommen. Also das kann doch eigentlich nicht verkehrt sein. Ach, was soll's. So. Nee, die Wand habe ich noch nicht verschoben, wie es aussieht. Das ist merkwürdig. Na, ich mache es jetzt einfach nochmal, um gut ist. Das ist ja nur ein Herker-Renne hier immer. Lasst mich doch mal in Frieden. Ja Gott, nochmal. Ach so, ich muss es ja festhalten. Na los. Ja, das hat mir nämlich gefehlt. Ich finde es immer noch Schwachsinn. Dass ich ihn nach einmal Wand verschieben, gleich so viel stärker ist. Einfach den mal aus dem Weg springen. Also jetzt müsstest du es ja eigentlich schaffen. Ja, man sieht schon, finde ich, dass die Anzeige, äh, langsamer zurückgeht. Okay, okidoki. Ähm. Ach, mein Hals tut so weh. Ich habe ja natürlich trotzdem Lust, Spiele zu spielen. Ach, Lara, wie viel Zeit du dir immer lässt. Brauchst du dich nicht wundern, warum du abstürzt. Gerade so. Gerade so. Braves Mädchen. Hä? Natürlich falsch. Hä, wo muss ich denn hoch? Irgendwo muss ich da weiter hoch? Ähm, vielleicht war er vorne? Jawohl. Da geht's rauf. Oh, ich könnte mich da nie so festhalten. Zumindest hätte ich Angst, abzustürzen. Nein! Was machst du denn da, du blöde Kuh? Oh, da könnte ich doch ausrasten. Oh, da krabbelt sie wieder zurück. Da könnte ich ihr doch einen Kopfschuss verpassen. Ach, ehrlich. Wenn sie das jetzt wieder macht, ich reiße ihr den Kopf ab. Nein, sie macht's schon wieder. Ich werde noch wahnsinnig. Sie soll doch zurückspringen und nicht zurückkrabbeln. Oh, dieses dämliche Ref. Mann, ey. Och, hallo. Mach doch nur das, was ich sage. Blöde Kuh. Kann doch wohl nicht so schwer sein, rückwärts zu springen. Och, mein Gott. Sie hat's hingekriegt. Könnte ich ihr schon Kopf abreißen bei sowas? Meine Fresse. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich lang muss. Ich will erst mal kurz waffen. Was habe ich denn eigentlich im Angebot? Ich will mal kurz gucken, wie ducken geht. Ja, blöde Kuh. Jetzt hast du den wahrscheinlich selber hier heraufgeschworen oder so. Ähm, C. Puh. Man muss einfach hier geduckt bleiben. Diese Geräusche allein schon. Oh, das nervt. Ich muss mal eben kurz für mich persönlich das leiser stellen, weil ich kriege die Krise bei diesem Gestöhne da die ganze Zeit, was der macht. Wir müssen jetzt nämlich das Gemälde der Finsternis kriegen. Aber da müssen wir erst mal den Geist besiegen. Aber töten können wir den nicht, aber wir müssen den aufhalten, damit wir uns das schnacken können. Dummischerweise kriegt er uns nicht, wenn wir geduckt sind. Lauf! Oh, du blöde Kuh! Du bist doch dämlich. Also, sie macht mich wahnsinnig. Hä? Kann ich das nochmal einsammeln? Na, schönen Dank auch. Ich weiß gleich mal, wie das war, bis ich das Gemälde bekomme. Oh, ich denke, sie hat es aufgehoben. Was soll denn das? Na, toll. Ich sage, ich sage, ich sage, ich werde das, was ich mache. Also, ich werde das Gemälde bekleben. Ich werde das Gemälde bekennen. Ich werde das Gemälde beklemen. Oh Gott, muss ich erst mal sehen, wo ich hinkriechen kann und wo ich den angreifen kann. Es ist nämlich nicht einfach hier. Ich sehe gar nicht, wo das Gemälde ist. Einer von denen hat es nämlich immer in der Hand. Auch wie ich diesen Geist hasse. Ich habe da schon immer tausend Versuche gebraucht. Gefühlte tausend Versuche. Sammelt das doch mal ein. Mann, es ist ja ein Weg. Hä? Ey, jetzt hängt er fest oder was? Och, ich werde wahnsinnig. Och Mensch. So, jetzt verarsche. Toll, jetzt kann ich nochmal neu laden. Er hängt fest. Ich werde verrückt. Ah, wo ist denn nur das Gemälde? Das leuchtet normalerweise auf. Ey, warum macht er jetzt nichts mehr? Muss ich erst mal irgendwas aktivieren oder was? Muss ich erst mal irgendwas aktivieren oder was? Ja, wie soll ich das bitte schön kriegen? Wenn... Ach, sie zielt noch drauf, die blöde Kuh! Ach, Mann, ey! Nein! Das ist, was mich so ankotzt. Dass sie eine halbe Stunde braucht für alles. Das kotzt mich einfach nur an. Nein! Mann! So dämliche Ziege, ey. Echt? Nein! Mann, mach doch mal das, was ich will! Jetzt ist er zwar stehen geblieben, aber... Mensch. Das ist einfach nur zum Abkotzen. Na, komm, flieg vorbei, damit ich mich von hier erwischen kann. Och, Mann! Das kotzt mich an! Das meine ich gerade eben, weil sie viel, viel zu langsam ist. Das kotzt mich an! Wo ziehst du denn bitte schon hin, du dämliche Ziege? Bis er mal wieder stehen bleibt, könnte ich schon wieder platzen. Och, Mann! Das ist doch zum Ausrasten! Duck dich! Ich darf doch nicht zu nah dran gehen, weil das sonst, äh, verschwindet wieder. Und wisst ihr, wie sehr Lara... Wie sehr ich Lara gerade wieder erschlagen könnte? Och, wo bleibt er denn, damit ich ihn schießen kann? Och, weißt du! Wo ist er denn nur schon wieder? Hä? Oh, weißt du, also... Was ist denn das nur für ein Scheiß? Ja, super. Duck dich doch mal! Die ist zu dämlich! Nein! Mann! Mann! Es ist... Ist nicht mehr feierlich hier mit ihr. Nein! Och Mann, ich dachte, ich habe ihn. Ach, weiste. Schnell! Also. Schnell, lauf, lauf, lauf! Och Mann, ey. Diese langsame Kuh. Gut, da habe ich das wenigstens schon mal geschafft. Also machen wir im nächsten Part weiter, wenn ich mich ein bisschen beruhigt habe.